Die Reichweite beträgt jetzt circa 500 Meter. Schrauber, der so ein bisschen Paralyte macht. 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 Ich befürchte, die haben mich eventuell gesehen. Vielleicht ein Straight auf mich zu. Oha, wirklich? Ja. Hier bist du. Nein, hier jagen ein Ifrit, Mann. Na dann. Äh. Ah, guck, der Rillion wieder, der benutzt keinen Pacer, der benutzt einfach nur... Ah, zwei Pacer-Granaten. Macht natürlich immer wieder Spaß. Jungs, ich halte mich hier aus der Aktion raus. Ja, MPU-Soli hier. Ich fahre direkt weiter. Ja. Ja, hau rein. Bzw. ist es okay für euch, wenn ich hier oben aufpasse. Weil wir wurden gerade am Pfirsichfeld, äh, die Pfirsichpflücker wurden überfallen. Ich würde nur mal ein bisschen aufpassen. Äh. Aber deine Klamotten gefallen mir nicht so. Ja. Aber ich habe jetzt mal nichts gesehen, ne? Alles klar. Beim nächsten Mal gibt es aber Ärger. Ich liege hier oben auf dem Berg. Also, keine Gedanken. Viel Spaß noch. So, Jungs. Das Spiel ist vorbei. Kabin. Komm her, ich habe den Hintern. Wo ist er, wo ist er? Vor der Polizei. Wo bist du? Ich liege auf dem Berg. Ich habe die Rahim draußen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist er, Dominik? Komm doch zu mir. Ich liege auf dem Berg 500 Meter entfernt. Versuch mal mit ihm irgendwie auf die Straße zu kommen. Wird er von dir weg, oder was? Ne, ne. Jetzt ist der andere auch noch hier. Scheiße, dass die Polizei jetzt genau bei mir ist. Die stehen direkt hinter mir am Berg, Mann. Ich habe keinen... Ich habe es alle. Hast du alle beide? Hier. So, die kommen. Ja, ich sehe ihn. Warte. Einen habe ich. Oder du. Du hast den. Warum kriegst du den denn? Komm her. Dominik, komm irgendwie auf die Straße, Mann. Ich sehe dich nicht. Hier. Ich bin auf der anderen Seite. Hier. Ja, bist du das da mit dem Dings? Ja, das bist du, ne? Jaja, das bin ich. Du gehst gerade in die Baracke rein. Einer liegt dort oben. So, die Junge. Jo. Jo, Mannzeit. Hm. Och, Night Mission habe ich noch hier. Ey, ich meine, ich lasse euch ja jetzt hier schon abziehen, ne? Aber dann könnt ihr doch jetzt nicht einfach hier vor meinen Augen eigentlich Leute haben. Geht doch nicht. Nee, ich habe doch gesagt, wir passen hier unten auf. Die überfallen da unten die ganze Zeit, Mann. Ohne Scheiß. Der Silent Assassin und der Hinnack. Ohne RP, ohne alles. Die knallen die Leute einfach weg. Das war so eine persönliche... Oh, da kommt was. Da kommt. Ja, der hat schon sowieso kommen. Ich habe gerade Reden an der Backe im Moment. Also, ich würde bloß die beiden mal kurz eine Lektion erteilen und dann verschwinden noch wieder. Ah, lass mal durchgehen. Alles klar, ich bedanke mich. Wir wollen ja bloß die Bürger von Eid schützen. Wenn die nicht... Ja, klar. Nee, ist gut. Aber wenn ihr sowas macht, dann könnt ihr ja zwischendurch eventuell mal da so eine Ansage machen, ne? Dann nehmen wir den Auftrag an und dann ist das auch kein Problem. Alles klar. Gut zu wissen. Jo, alles klar. Haut rein. Viel Spaß. Willen stand gerade neben mir. Ey Junge, ich lass dich schon abziehen. Du kannst nicht auf Leute erschießen. Dominik, wie sieht's aus? Dominik? Ja, ho ab. Das ist Rillian. Aber Rillian geht klar. Ja. Die werden verhaftet und in den Knast gesteckt. Sehr gut. Ich hab Rillian... Rillian stand gerade direkt neben mir. Ich hab geschossen, als Rillian direkt neben mir stand. Er so, ey ohne Scheiß, ich lass euch hier schon abziehen. Dann könnt ihr nicht ballern. Ich so, ja, aber das hab's so erklärt. Und er so, okay. Mach nächstes mal eine Ansage, lass ich das als Söldnerauftrag durchgehen. Das Beste ist, die Polizei fährt hier mit dem Ifrit rum, ne? Ja, die haben sie oben gerade beschlagnahmt. Direkt bei mir auf dem Berg. 100 Meter hinter mir. Nicht mal. Richtig geil. Jetzt wurden die zwei Keller auch noch abgeführt im Ifrit.